Ein dicke Kutsch von dem Trainer von der Meister! Damit fange ich mal an, ich nehme den Opa hier mal ganz kleinen Schutz. Klar trifft er ihn im Ellbogen, ja, ist dann ein Elfer, ist dann eine gelbe Karte, ist dann gelb-rot. Aber ich denke, es lachen nicht am Opa, dass wir dieses Spiel verloren haben, um das mal klar zu sagen. Ich denke, auf rechter Verteidiger Posi, die absolut nicht seine ist, hat er auf jeden Fall, ist gerannt, hat gekämpft, hat sich den Arsch aufgerissen. Also daran hat es nicht gelegen. Das möchte ich mal von vorne weg sagen. Gut, das andere, was ich von vorne weg sage, morgen 19 Uhr, vielleicht 18.30 Uhr, ich weiß noch nicht, ihr werdet es auf YouTube sehen an der Ankündigung. Natürlich der Livestream, wo dann die Therapiestunde beginnt. Leute, ich bin da für euch, kein Thema. Dann gehen wir mal rein. Gut, Spiel, wir haben sehr gut angefangen, immerhin. 15 Minuten, würde ich sagen, war es okay. Bis zu der Spielunterbrechung waren wir eigentlich sehr gut im Spiel. Haben halt wieder mal zu wenig gemacht, ja, aus unseren Möglichkeiten. Ja, wir hatten auf jeden Fall zwei. Happy Kane, das Ding muss er natürlich machen, dass er den nicht auf dem Müller legt. Ja, kann ich verstehen. In der Position als Stürmer nimmst du das Ding. Der Ball ist ein bisschen in Kacke aufgetickt, kurz vorher. Ja, ist halt so, wie es ist. Hat er nicht gemacht. Ja, Goretzkas Pass zum 1-0 auf Mosella war dann eine von zwei Aktionen. Ansonsten mal Goretzka wieder unterirdisch, gucken wir später zu. Ja, Mosella hat eine starke Einzelleistung und hat das Ding da reingenagelt und dann war das 1-0 da. Dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es ein bisschen Sicherheit gibt. Dass man ein bisschen den Kopf hochnimmt, ein zweites, drittes versucht nachzulegen. Wie gesagt, dann gab es diese Unterbrechung durch die Tennisballgewerferei da. Das kann aber keine Ausrede sein. Es kann keine Ausrede sein, dass man bei einer kleinen Unterbrechung gleich wieder nicht mehr fokussiert ist, nicht mehr im Spiel ist. Was danach passiert ist, es war wieder komplett lächerlich. Kimmich, katastrophal, dieses katastrophale Zweikampf. Halt Mosella schon vorne mit dem Ballverlust, war nicht sein Einzige Star, waren zwei, drei. Die du dir halt aktuell und mit diesen Spielern nicht erlauben kannst. Klar kannst du mal in dieser Zone, wo Mosella den Ball verloren hat, kannst du mal den Ball verlieren im Offensiv-Dribbling oder im Offensiv-Zweikampf. Ja, ein Kimmich, absolut wie der Vogelwild heute. Nicht nur dieser Zweikampf, der dann zum Ausgleich geführt hat, auch sonst Vogelwild. Katastrophe. Ich weiß nicht, wie der Kommentator gesagt hat, oh, warum nimmt er denn den Kimmich raus? Das war doch der Spielgestalter. Kimmich mit Mosella, der beste Mann. Also ich habe ihn unterirdisch gesehen. Ja, nach vorne ein, zwei Mal war es okay, aber es war wieder keiner auf einer sechster Position. Null. Ja, wir haben es dann gesehen, das war ein originaler Kimmich. Wenn er dann von hinten ankommt, um noch irgendwas zu retten. Katastrophe. Minjay genauso, für mich ganz klar der Schuldige beim Tor. Katastrophe. Aber auch da nehme ich Minjay in Schutz. Junge, der Typ hat noch nicht mal Zeit, mal den Kopf auszuschalten, weil er durchspielt. Was nicht notwendig ist, womit wir wieder bei Tuchel sind. Tuchel für mich heute auch wieder Katastrophe. Aber bleiben wir erstmal beim Spiel, bevor wir da reingehen. Also erste Viertelstunde, ja, mit dem Tor dann, haben wir sehr gut gespielt. Es war auch noch ansehnlich nach dem Tor bis zur Unterbrechung und dann war wieder broken. Ja, dann war die einzige Mannschaft, die irgendwie Akzente gesetzt hat, war der VfL Bochum. Und man muss fairerweise sagen, gerade so die erste halbe Stunde hat Bochum uns so viele Bälle geschenkt, die sie einfach Fehlpässe in unser zentraler Mittelfeld gespielt haben. Ob es ein Kimmich war, ob es ein Goretzka war, was ist daraus passiert? Gar nichts, quer und nach hinten, anstatt direkt mal steif vorne reinzuspielen. Ja, Harry Kane heute wieder überall und nirgends, bis auf die Chance in der ersten Halbzeit. Ja, zweite Halbzeit haben wir das Tor gemacht, dank Mathis Tell. Aber ansonsten, wir haben Harry Kane auch wieder nicht ins Spiel gebracht. Wir haben auch nur mit zehn Mann gespielt, oder mit neuneinhalb, weil Schupo auf dem Platz war und Goretzka war auch nicht gegen, wo ein Kimmich noch auf dem Feld war. Ja, und dann ging es da hin. Bochum, das was Bochum macht, gefeitet. Bochum hat eins gegen eins gespielt. Wir haben ganz, ganz oft auch mal einen sehr guten Zweikampf geführt, sodass der Spieler frei war und Platz hatte. Simo Salja, der hatte halt dann den Raum. Und wir haben da viel zu wenig rausgemacht. Viel zu wenig. Und man hat auch nicht den Willen gehabt oder das Gefühl gehabt, boah, Alter, wir sind dran, wir machen gleich ein Tor. Nee, hat man nicht gehabt. Wo die Ecke kam für Bochum, war schon klar, dass der Ball einschlägt. War für mich direkt, wo der Ball losging, ersichtlich. Ja, wenn du in dieser Phase auch bist, die wir gerade haben, so null Selbstvertrauen, null Selbstverständnis, dann passiert das halt. Dann passiert das. Ganz einfache Kiste. Ja, zweite Halbzeit dann, weiß ich auch nicht. War dann wieder ein typisches Bayern-Spiel. Ja. Typisches Bayern-Spiel. Dann hatte man so das Gefühl, ja, die Pause würde... Kommt eigentlich zur rechten Zeit für Bochum, weil wir hatten davor schon so ein bisschen mehr Spielanteile und ein bisschen Druck gemacht, ohne aber irgendwie mal gefährlich zu werden. Ja. Ratlos. Einfach ratlos. Ja. Wenn ich dann den Trainer sehe, der fast 90 Minuten nicht zu sehen ist, einfach auf seiner Bank kauert, hier mit seinem Schal bis hier und hochgezogen, dann kriege ich das kalte Kotzen, Leute. Ich kann diesen Typen nicht mehr sehen. Der gehört heute noch rausgeworfen. Ganz klares Statement von mir. Dieser Mann ist untragbar. Untragbar. Punkt. Ja. Jetzt nicht wegen diesem einen Spiel in Bochum, wegen der Gesamtsituation. Ja. Ja, zweite Halbzeit war dann enttäuschend. Man muss es so... Man muss es sagen, es war super enttäuschend. Und wieder sich die ganze Scheiße ewig lang angeguckt. Ja, dann das 3-1. Dann hat der FC Bayern nichts mehr zu verlieren gehabt. Was macht der Tuchel? Ja, er macht seinen letzten Wechsel, seine... Verzweiflungswechsel oder was? Anders kann man das hier nicht mehr nennen. Und was passiert? Wow, ein Matissell ist der beste Mann auf dem Feld. Wow, wie überraschend. Ja, wie überraschend. Aber nee, den stellt man ja gar nicht auf von Anfang an. Da stellt man ja einen Schubu hin, der nicht zugegen war. Das ist eine Katastrophe. Also dieser Trainer ist da, um diesen Verein zu ruinieren. Also wer jetzt immer noch von irgendeiner Meisterschaft redet, dem ist halt auch nicht mehr zu helfen, um das ganz klar zu sagen. Aber das habe ich schon vor Wochen gesagt. Also für mich ist der Zug schon lange abgefahren. Aber ich denke, selbst für den letzten rosa-roten Brillen-FC Bayern-Fan sollte das jetzt klar sein. Wir sind noch nichtmals in der Lage, gegen den VfL Bochum, nichts gegen den VfL Bochum, aber du musst allein, wir haben es ja im Hinspiel gesehen, von der individuellen Qualität, wo wir auch keine gute Form hatten, musst du die eigentlich zerlegen. Und dann nochmal so viele Bälle, wie uns Bochum die erste halbe Stunde in zentrale Mitte fällt, ohne Bedrängnis reingespielt hat. Und du machst nichts daraus. Katastrophe. Ja, wie gesagt, Schlussphase war dann natürlich gut. Dank Tell. Auch um Brian mal zu sehen, fand ich schön. Hat auch gleich ein paar Akzente gesetzt. Lieber, er hat ein bisschen Wut im Bauch gehabt, hat mir Alan auch ganz gut gefallen, dass er sich wenigstens versucht hat, den Arsch aufzureißen. Aber da gehen wir jetzt gleich mal in die Spieleranalyse rein. Aber ansonsten war die zweite Halbzeit super enttäuschend. Wie gesagt, dann jetzt die letzte Viertelstunde, ja, nichts mehr zu verlieren, 3-1, kein Druck mehr da, andere Spieler auf dem Feld. Ja, und dann sieht man, was gehen könnte, wenn man gewissen Spielern mal das Vertrauen schenken würde und nicht nur ja, es ist ja ein Wunder, dass Delich spielen durfte. Und das durfte er auch nur spielen, weil es einfach so viel Druck gab von außen. Sonst hätte der Mann auch nicht gespielt. Das war keine, das war keine Tuchel-Entscheidung, das garantiere ich euch. Aber auch nur meine Meinung und ja, Minjay, aber da gehe ich schon rein in die Spieleranalyse. Von daher, zum Spiel gibt es nicht mehr zu sagen, Leute. Wie gesagt, in zwei Sätzen, gute Anfangsviertelstunde, Tor wieder mal durch eine Einzelaktion, aber wir hatten vorne wenigstens versucht, ein paar Kombinationen, wir hatten ein paar mehr Räume, weil Bochum Mann gegen Mann gespielt hat. Wir haben Räume nicht genutzt, wir haben zu viel liegen lassen, wir haben zu wenig Chancen kreiert, meiner Meinung nach. Happy Kay natürlich die Riesenchance vergeben, aber wir fangen ja nicht an mit Hätte-Hätte-Fahrrad-Kette, das könnt ihr euch abschminken. Und danach war wieder ein Bruch drin. Fertig. Es war ein Bruch drin. Und zum Ende hin dann stehende K.O. Bochumer, die immer noch gefeitet haben. Ja, selbst da hat es dann nicht mehr gereicht, noch irgendwie den letzten Funken, aber selbst ein 3-3. Erstens wäre es nicht verdient gewesen, meiner Meinung nach. Und zweitens hätte das auch nichts geändert. Ja. Gut. Gut, bevor wir reingehen, Blick in die Statistiken, die ja die verkehrten sind, wie der Bot immer sagt. Ja, gut. Wir sind natürlich bei allem vorne, denke ich, außer vielleicht wieder bei Schüssen. 30 Prozent Ballbesitz für Bochum, 70 für uns, Absatz 5-0, Folz 12-10, Zweikämpfe 48-52, Schüsse aufs Tor, 4-10, Schüsse insgesamt 13-27. Leute, fragt mich nicht, wo diese Statistiken herkommen. Ecken 4-9, wovon eine Ecke gefährlich war, der Rest war Rotze. Angekommene Pässe 177 zu 512, Flanken 12-15. Schüsse insgesamt Musiala 4, Kane 2, Sané 2, Torschussvorlagen, Goretzka 1, Tell 1, gewonnene Zweikämpfe, Kim 10, Musiala 9, Delirt 6, Ballkontakte 101, Kim 95, Guerreiro 85, Musiala. Das mal zu den Statistiken. Ja, gut. Gehen wir rein. Gerne auch hier mit den Jungs im Bild, wenn ihr wollt. Neuer tue ich mich heute ein bisschen schwer zu bewerten. Ich nehme mal eine 3-. Ich hätte ihn nicht 4 gegeben, wenn er nicht diese eine Parade dann noch gemacht hätte. Den Elfmeter muss er halten. Also, der Elfmeter war richtig schlecht geschossen. Er war in der Ecke, er war früh genug in der Ecke und von der Torhälfte, wo er hinging, war er mittig. Also, den musst du halten. Ganz einfache Kiste. Also, der war nicht irgendwie ins Ecke gesetzt oder sonst was. Super enttäuschend. Ansonsten fand ich ihn auch, ich kann ihn auch nicht mehr als Kapitän sehen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Er hat keinerlei Einfluss. Er kriegt die Zähne nicht auseinander auf dem Feld. Enttäuschend für mich. Wirklich enttäuschend. Ja. Ansonsten, ja, ein paar Bälle weggegeben, unnötig. Weiß ich nicht, ja. An ihn lag es mit Sicherheit nicht am Ende des Tages. Von daher eine 3- für mich. Delift gebe ich eine 3. Delift muss ich ein bisschen rausnehmen. Beim Gegentor, das war ganz klar. Minjay, Minjay ist ein Fehlverhalten, meiner Meinung nach. Malz Raubi können wir schlecht bewerten. War defensiv grausam, muss man sagen. Bis dahin, aber was sollen wir da bewerten? Minjay sehe ich bei einer 4. Ja, man sieht, dass er nicht fit ist. Also das ist gar nicht gegeben. Man sieht, dass er nicht fit ist. Trotzdem hat er noch jede Menge Zweikämpfe gewonnen. Wir haben es gerade gesehen. Aber inwieviele Zweikämpfe er einfach zu spät Kargif das Foul gezogen hat. Keinerlei Abstimmung mit Delift, keinerlei Ansage. Läuft einfach dann. Delift guckt, was macht beim Gegentor. Delift guckt, was macht Minjay jetzt? Anstatt dass Minjay einfach anzeigt oder sagt, bleib mittig, ich gehe nach außen oder ich gehe mittig, geh du mit dem Spieler mit nach außen. Nein, er muss gucken, was macht er jetzt? Bis er sich bewegt hat, musste er sich entscheiden und es war schon zu spät. Also das Tor hätte man ganz einfach mit ein bisschen Kommunikation verhindern können. Katastrophal. Katastrophal. Allein, dass er auch schon rausgerückt ist, wie so ein Berserker ins defensive Mittelfeld. Aber da sind wir wieder dabei, welchen Rattenschwanz das hat, wenn Kimmich nicht auf seiner scheiß Sechserposition ist. Was er heute wieder grandioserweise nicht einmal war. Der war überall, aber nicht da. Weil er wieder, ah, ich bin ja hier der große, der große Macher. Ich muss jetzt liefern, ich muss alles reißen und tun und machen. Und er war, anstatt einfach die Position mal zu halten und dann wäre er gut gewesen, dann wäre auch gar nichts passiert. Traurig. Für mich Minjay eine vier. Gourriero, ja, will ich bei einer drei sehen, war gerade mit erster Halbzeit mit Musiala oder die ersten 20, 25 Minuten der Lichtblick. Defensiv, aber auch eine Katastrophe. Ja, muss man fairerweise auch sagen. hat kaum einen Stich gesehen, wenn da der Asano über seine Seite mal ein bisschen was gemacht hat. Oder er war gar nicht erst da, wie beim Gegentor. Ja. Wenn man das mit rein mit zieht, sind wir auch bei einer drei Minimum. Aber er war wenigstens noch auffällig. Er hat wenigstens was versucht. Es ist traurig, dass wir das schon als Maßstab bei uns nehmen. Dass da ein Spieler auf dem Feld ist, der wenigstens was versucht hat. Damit kommen wir auch zu Musiala. Sehe ich bei einer drei. Aber auch super viel Schatten. Ja, ein bisschen ein bisschen befreiter aufgespielt. Lach einfach daran, dass viel mehr Räume da waren. Und wenn du das 1 zu 1 mal gewinnst oder auch ein 1 gegen 2 gewinnst, dann ist einfach so viel Raum da, weil Bochum fast auf dem ganzen Feld Mann gegen Mann spielt. Von daher hat er heute mal ein bisschen Räume gehabt. Und das Zusammenspiel mit Guerreiro war super. Die erste 20, 25, 30 Minuten. Hat dann auch das Tor gemacht, verdienterweise. Danach aber wieder oft leider sich falsch entschieden. Liegt aber auch einfach daran, weil einfach eine gewisse Lockerheit fehlt. Die Form fehlt bei dieser ganzen Mannschaft, bei jedem einzelnen Spieler. Ja. Schuppe und Muttingen 6. Leute, wer da anfangen möchte, mit mir zu diskutieren, können wir sehr gerne am Montag im Stream machen. Für mich Katastrophe. Diese Aufstellung ist eine Frechheit. Ist ein Schlag in die Fresse für jeden Fan, Alter. Und vor allen Dingen für Matissell. Mit welcher Begründung? Mit welcher Begründung wird dieser Typ da aufgestellt? Alles, was ein Schuppe und Muttingen leisten kann, kann Tell mal 10 leisten. Also es gibt für mich keinerlei Begründung. Ja, jetzt könnt ihr wieder kommen. Ja, aber Schuppe ist ja schon der Spieler, der wie unter Nagelsmann, der sich dann fallen lässt und sich eindreht und den Ball mal annehmt und den Ball nach vorne. Habe ich nicht einmal gesehen. Habe ich nicht einmal gesehen. Gibt es kein Argument. Es hat nicht stattgefunden. Eine Katastrophe. Wie gesagt, wir haben mit 10 Mann gespielt. Der war nicht zugegen, ob offensiv oder defensiv. Katastrophe. Müller Note 5. Ja, ich bin absoluter Müller-Befürworter und was mir gut gefallen hat bei Müller, dass er versucht hat, irgendwas zu ordnen, zu machen, zu tun. Heute hatte man allerdings das Gefühl, dass sich keiner davon irgendwas angenommen hat. Die haben sich alle irgendwie so gedacht, ja, lass den mal labern. So, nach der Art und Weise. Impact aufs Spiel. Müller nicht vorhanden. Katastrophe. Katastrophe. Ja, fast jeden Ball, den er bekommen hat, war weg. Ähnlich wie Leroy dem Spiel davor. Dann musst du auswechseln zur Halbzeit. Da gibt es keine Diskussion. Sorry, Thomas. Wenn du spielst, musst du liefern. So, da reicht es nicht, nur hier hin und her zu halten. Klar ist das wichtig. Aber du musst auch liefern sportlich. Und das hat er nicht. Ja, man hätte ihn auswechseln müssen. Punkt. Gut. Fünf. Für mich Goretzka auch fünf. Komm, vier Minus. Warum? Weil, nachdem Kimmich raus war, Goretzka wenigstens ein bisschen präsent war. Solange wie Kimmich auf dem Platz war, war Goretzka Note sechs. Das Einzige, was er hingekriegt hat, war den Ball dann auf Musiala dahin zu spielen. Obwohl das eigentlich... Ja, er muss russeln, dass Musiala den Ball aus diesem Winkel gemacht hat. Ansonsten hat er noch mal so einen Ball gespielt. Irgendwann zweiter Halbzeit. Das war es, was von Leon zu sehen war. Katastrophe. Wie gesagt, auch wenn wir Doppel-6, Doppel-8 spielen, muss wenigstens einer da sein. Und da ist er genauso mit in der Verantwortung. Keine Ahnung, Pavlovich kurz vorm Spiel angeschlagen. Ich glaube, er hätte eh nicht gespielt. Man hätte auch einfach mal einen Dialer hinstellen können. Ja, dann hätten wir wenigstens einen defensiven Sechser gehabt. Wäre vielleicht mal eine Alternative gewesen. Vor allem, weil er auch eine Führungspersönlichkeit ist und lautstark ist und Kommandos gibt und ordnet und macht und tut. Nach den Leistungen, die Goretzka die letzten Wochen gezeigt hat, hätte man das durchaus tun können. Man hätte auch Kimmich draußen lassen. Mir ist scheißegal. Kimmich ist halt auch eine Katastrophe auf der Sechser. Haben wir heute wieder gesehen. Ja, Kimmich Note fünf. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Hat ein, zwei gute Bälle nach vorne gespielt, deswegen keine Note sechs. Aber ansonsten hat er auch wieder Katastrophe... Also, Defensivverhalten war nicht vorhanden. Sechserposition irgendwie war nicht vorhanden. Katastrophe. Katastrophe. Sag ich euch, wie es ist. Harry Kane sehe ich bei einer vier aufgrund des Tores. Sonst wäre es auch eine fünf gewesen. Ja, bemüht. Aber auch ganz, ganz viele Bälle, einfache Bälle verloren. Ja, ich habe ein Graus gekriegt, wo gerade so die ersten zehn Minuten Harry Kane teilweise den Sechser gespielt hat. Er war wieder teilweise zwischen beiden Innenverteidigern. Der erste Anspielstation. Da war kein Kimmich, kein Koretzka. Ja, er war auch dann mehr der Zehner oder der Achter die ganze Zeit als irgendwas anderes. Ja, völlig sinnfrei. Chancen Totschupu mit Teng, ob der da vorne steht oder... Den hast du gar nicht wahrgenommen, dass er da ist. Also, das ist mir too much. Es ist... Nochmal, ich habe es schon im letzten Mal gesagt, ich finde es okay, wenn er sich mal fallen lässt, auf die Zehner-Pose, den Ball dann nach außen legt, was er auch zwei, dreimal gemacht hat, was gut war und dann reingerückt ist. Aber dieses, ich bin mal hier links außen, rechts außen, ich bin mal auf der Sechser-Pose, ist too much. Er ist am Ende des Tages der Stürmer und muss dann auch da stehen, wo ein Stürmer sein muss. Was er dann natürlich getan hat, wo er das Tor gemacht hat. Ja, von daher die Note, die ich gerade gesagt habe. Lieber Sané war auffällig, er war auf jeden Fall nicht bockig. Das ist auch schon traurig, dass man das erwähnen muss. Wenn er eingewechselt wird in der 63. Minute, dass man dann erwähnen muss, es ist gut, dass er nicht bockig war. Das sagt viel über diesen Spieler aus, dass man das sagen muss. Ja, das können wir ihn zum Positiven halten. Dass er das Tor mal wieder nicht gemacht hat, ja, was soll man dazu nur sagen. Der hat seit Wochen keine Form, wie jeder andere Spieler bei uns auch. Von daher war das jetzt nicht super überraschend. Uppa, wie gesagt, ich fand Uppa okay, hat sich wirklich den Arsch aufgerissen auf dieser ungewohnten Pose, ist super oft hinterlaufen, hat sogar eine Flanke geschlagen. Uppa hat die Scheiße am Fuß, Uppa ist aber auch immer noch nicht richtig fit, genauso wie Minjai. Von daher ist es für mich eine Katastrophe, diese Spiele aufzustellen. Warum Tuchel das tut, sind wir beim Trainer, kommen wir gleich zu. Frag mich nicht, frag Tuchel. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Mathis Tell hätte ich mir von Anfang an gewünscht, definitiv, im Schuppung-Muteng eine Farce, den Typen aufzustellen. Sorry, das ist ein Witz. Also, wenn wir gesehen haben, was für einen Impact Mathis Tell hatte, gerade in einem Spiel, wo wir wissen, es ist oft 1 gegen 1 oder auch 1 gegen 2 und wir haben gesehen, dass Mathis Tell zweimal locker außen vorbeigegangen ist. Na klar können wir argumentieren, die Bochumer waren schon ein bisschen müde, aber ich traue dem Tell das auch zu, wenn die Bochumer nicht müde sind. Und zwar um Weitem mehr als ein Schuppung-Muteng. Aber auch nur meine Meinung. Super Impact gehabt. Erbik Dyer war auch direkt da. Aber was soll man da sagen, Alter? Ist halt ein Kämpfer, ein Leader. Er hat direkt versucht, irgendwas Einfluss zu nehmen. Brian zu sehen, fand ich sehr gut, dass ich ihn endlich mal ein bisschen sehen konnte. Hat sehr gute Ansätze gehabt. Ja, warum man nicht die Eier dazu hat, diese Leute einfach mal eher zu bringen, wenn man sieht, dass mal wieder gar nichts läuft, weiß ich nicht. Damit sind wir beim Trainer angekommen. Trainer ist für mich Note 6. Auf einer Skala von 1 bis 10, die wir mittlerweile für den Trainer eingeführt haben. Nur eine 6, keine 10 heute. Ich fand es gut, dass ein Sané draußen war, weil die Leistung der letzten Wochen unterirdisch war. Das war gut. Dass dann aber ein Schuppung-Muteng spielen darf, relativiert das schon wieder. Katastrophe. Katastrophe. Dass man wieder Main-Jay ausstellt, für mich genauso eine Katastrophe. Katastrophe für mich. Dieser Spieler ist völlig überspielt. Völlig. Der braucht einfach mal den Kopf frei. Und muss mal runterkommen. Aber das sieht man, er ist auch nicht richtig fit. Er hat es gut gemacht defensiv, aber das kann er auch. Wenn es irgendwie defensiv 1 gegen 1 ist, kommt er klar. Aber wir haben es gesehen, wenn er rausrücken muss, ist er immer meistens zu spät. Dann rückt er raus im völlig falschen Moment, weil der 6er wieder nicht da ist. Dann entsteht da die Lücke. Dann spielen uns zwei Bochumer einfach hin, so wie wir es wollen, weil keine Kommunikation mit dem De Ligt da ist. Wie auch? Wie oft haben die zusammengespielt? Zweieinhalb Mal oder was? Über 40 Minuten oder sowas? Wie soll da irgendeine Kommunikation da sein? Warum hat man nicht Deier und De Ligt seit Gladbach durchspielen lassen? Wo ist das Problem? Es ist kein Problem. Kim hätte mal seine Pause gehabt, die er dringend benötigt. Opa hätte die Zeit gehabt, mal richtig fit zu werden. Und dann wäre doch ein offener Konkurrenzkampf da gewesen. Ist doch okay. Aber die beiden waren noch einigermaßen eingespielt, haben sich verstanden, die Abstimmung hat gepasst. Ja, man hat es komplett auseinandergerissen und wundert sich dann nach dieser Woche. Wie soll man sich da wundern? Die Spieler laufen auf dem Zahnfleisch. Opa und Min Jae. So sieht es aus. Katastrophe. Habe ich gerade schon gesagt, dass Mantell wieder außen vor gelassen hat, ist für mich auch eine Katastrophe. Es wäre interessant gewesen zu sehen gewesen, wenn Pavlovic da gewesen wäre, ob er ihn gebracht hätte. Das hätte mich sehr interessiert. Ich denke, er hätte uns heute richtig gut getan. Ja, und ansonsten einfach dieses Verhalten. Aber schon seit Wochen, Alter. Seit Wochen. Wie kann ich, was ist das denn für ein Zeichen an meiner Mannschaft, wenn ich draußen auf der Trainerbank bis hierhin vermummt hocke? Sehen wir noch niemals. Seine Fresse sehen wir noch niemals. Wir sehen er nur ab hier. Und dann hockt er noch circa 60, 70 Minuten von den 90 hockt er einfach auf der Bank und nimmt es hin. Was ist das für ein Zeichen an der Mannschaft? Ich gehe ja mit, kannst du machen, wenn es läuft. Hock dich auf die Bank, da brauchst du nicht viel Einfluss nehmen, alles gut. Aber wenn eine Mannschaft so super verunsichert ist, dann muss ich doch versuchen, wenigstens präsent zu zeigen und nicht mich hier vermummen und da so hinstellen. Dann muss ich doch mal selber zeigen, dass ich on fire bin und selber mal versuchen, ein bisschen Einfluss zu nehmen. Gar nicht. Null. Einfach nur Stumpfes hinnehmen, runterspulen. Es ist zum Kotzen. Also Tuchel hat fertig, aber das habe ich schon vor Wochen gesagt. Von daher würde ich mich da nur wiederholen. Ihr merkt, ich bin nicht so emotional, weil es mich nicht mehr so so hart catcht. Ich habe es gesagt, wann war es? Vor einer Woche? Nee, nach dem Leverkusen-Spiel. Der Zug ist abgefahren. Ich habe es euch gesagt, in diesem Video habe ich euch gesagt, jeder, der da glaubt, dass wir die nächsten Spiele gewinnen, der hat keine Ahnung. Der hat einfach keine Ahnung. Von außen betrachtet, ja, verstehe ich so eine Meinung, wenn da so ein Nicht-Bayern-Fan drauf guckt, oh ja, der Bach, haben die Bayern mal verloren gegen Leverkusen, die spielen gerade eine Übersaison, kann ja mal passieren. Gegen Lazio, ja, kann auch mal passieren. Jetzt kommen die Bayern wieder. Nee, wir sind am Boden. Aber das schleicht sich ja schon, so, seitdem Tuchel da ist. Schon vorher hat es ja schon angefangen. Die Argumente, warum, wieso, weshalb, ich verlinke euch hier am Ende dieses Videos nochmal das Video, was ich, was meiner Meinung ist, was falsch läuft. Da habe ich das alles genau erklärt. Ich will mich jetzt hier wiederholen, dass die Videos in die Länge ziehen, das macht keinen Sinn, Leute. Guckt euch das sehr gerne an. Ansonsten, morgen 18.30 Uhr oder 19 Uhr live hier auf YouTube und live bei Twitch, wer Bock hat. Ähm, ja, und dann lasse ich mich gerne auch wieder von, von den Tuchel-Anhängern überzeugen oder den Versuch, mich zu überzeugen, könnt ihr gerne bringen. Ähm, ja, ich denke, Wian hat heute gesehen, aber das hat man schon letzte Woche gesehen, wie ich fand, Tuchel ist fertig. Das Thema ist durch. Ja, das Thema ist durch. Es ist absolut durch. Also so ein Trainer, der so unbeteiligt gefühlt da hockt und keinerlei Einfluss nimmt auf diese Mannschaft. Ja, immerhin hat er heute mal gewechselt. Ähm, wenn natürlich auch ein bisschen spät, wobei man fairerweise sagen muss, da war noch die Unterbrechung drin und so weiter. Ähm, aber wieder hat man die Konsequenzen wieder nur halb gezogen. Ja, man hat einen Minje dringelassen, ähm, man hat einen Goretzka dringelassen. Ja, Musiala hat er zu Recht dringelassen, hat heute auf jeden Fall, war heute mit Sicherheit auch dem Bochumer Spielstil geschuldet, habe ich schon gesagt. Ähm, aber man bringt da einen Schuppo rein, mit welcher Berechtigung, Alter. Ja, das ist, das ist, das ist grausam. Ja, Goretzka musstest du dann drin lassen, äh, weil Pavlovich verletzt ist, ähm, aber gut, wenn du meinst, du musst einen Minje unbedingt bringen, was ich nicht sehe, dann hättest du auch einen Dyer da hinstellen können, ähm, und so weiter und so fort, aber das ist immer alles so, so halb gar, ne. Gut, ähm, ich bin sehr gespannt, was nun passiert, ich denke, Titelmeisterschaft ist abgefahren, selbst wenn du jetzt die nächsten, selbst wenn du alle Spiele jetzt gewinnen würdest, bis zum Ende der Saison, wirst du kein Meister. Und das werden wir nicht, wir kriegen gegen Leipzig die nächste Klatsche. Ja, 100 pro, 100 pro, und dann kommt Freiburg. Und dann kommt Lazio Rückspiel. Mal gucken, wie lange der Tuchel noch auf der Trainerbank sitzen darf, ich weiß es nicht, ähm, die Meisterschaft hat der Tuchel jetzt, äh, jetzt schon versaut, beziehungsweise hat der Verein versaut, meiner Meinung nach, weil, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, äh, ach ja, jetzt haben wir zwei Spiele verloren, du musst den Trainer rausschmeißen. Definitiv nicht, ja. Aber wenn man die Entwicklung unter Tuchel sich anguckt, wie gesagt, im anderen Video erkläre ich das, wie ich das sehe, ähm, ist das untätig, die Untätigkeit der Vereinsführung hat dafür gesorgt, dass die deutsche Meisterschaft jetzt auch weg ist. so, jetzt zu, aller spätestens, also jetzt schon Formel hat das Spiel reagieren müssen, nach dem Leverkusens Spiel dazu reagieren müssen, ähm, wer hat ein neuer Trainer gekommen, hätte vielleicht ein bisschen was anders gemacht, hätte vielleicht wieder ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, ein bisschen Lockerheit und so weiter, da hättest du auch gegen Bochum gewonnen und das wären fünf Punkte, ja, und dann hätte man mal gucken können, was noch so geht, aber so, mit acht Punkten Rückstand, also, da muss man jetzt keine Illusionen mehr haben. Also Leverkusen müsste drei Spiele verlieren und wir müssten alle gewinnen. Das ist utopisch, Leute. Das ist utopisch. Der Zug ist abgefahren. Ähm, von daher an dieser Stelle Glückwunsch an Leverkusen für die Meisterschaft, ähm, Glückwunsch an den VfL Bochum. Ähm, ja, wenn es eine Mannschaft gibt, der ich drei Punkte gönne gegen uns, ist der VfL, äh, die können sie gebrauchen da unten im Abstiegskampf, ähm, ja, das war's, Leute. Ich hab nicht mehr zu sagen. Alles andere gerne morgen im Stream. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren überragenden Support. Ähm, ja, und wer Bock hat, wir sehen uns morgen live. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. und in diesem Sinne nochmal, rot-weiße Grüße gehen raus und jetzt, äh, zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainer. Ein dicker Kuss von dem Trainer von der Meisten. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also, ich fand das, das hat Spaß gemacht, zu coachen. Ein Trainer nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Uh, Magic. Magic.